Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeat TV mit dem Christian, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns an My People Need Me Game Fails Nummer 305. Kurze Frage, hat das eigentlich jemand gespielt, das Remake Mafia Definitive Edition? Ja. Durchgespielt? Ja. Jetzt habe ich nicht Bram gehört. Nee, immer noch nicht. Bram hat es ja gar nicht gespielt. Achso, lol, ich habe bei Bram auch Ja gehört, Entschuldigung. Okay, Christian, wie war es? Das ist aber Mafia 2. Oh, das ist Mafia 2, ja, stimmt. Wie war es? Ich wollte gerade sagen, das liebes Ding, das kann ich mich noch nicht erinnern. Ja, technisch gab es manchmal ein paar Fehler, aber ansonsten habe ich die Story durchgeballert und die war cool. Okay. What the fuck? Nice, ain't it? What the hell happened to this place? I was supposed to shine up a little. What do you think? Yeah, it's really, uh, different. Yeah, huh? I decorated it myself. Let the games begin. What the fuck? What the fuck? ... ... ... ... ... ... Mein Gott, Watch Dogs Listens hat aber auch echt viele Fehler. Ist dir das beim Spielen auch schon aufgefallen? So ein Spielen hatte ich tatsächlich auch mal, da bin ich gejoined und da ist das Stadium, bevor das Stadium geöffnet worden ist, also als man nur auf das Dach konnte, wurde immer größer als man endlich groß ist. Es wurde mit jeder Millisekunde einfach immer größer. Oh mein Gott, okay. Es war die ganze Map bei das Stadium und es hat irgendwie noch vier Frames, aber ich fand es sehr lustig. Wie fragt euch jetzt? Dimm es an mithilfen für mich. Mein Blick ist an sie und ich weiß, sagen sie das. Ich weiß, was sie versuchen hier an Drum und Kass zu tun. Ich selbst habe die Key. Ich weiß, sie das. Und ihr Leid quell. Ja und deinem Freund haben noch mit... Hast du das auch durchgespielt in der Automata? Ne, durchgespielt habe ich es nicht. Aber angefangen? Ja, sehr lange, aber angefangen nicht nur, sehr lange sogar gespielt. Ich wollte es immer noch dann zu Ende spielen, aber bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Warum hat er dich verloren? Irgendwas anderes kam dann raus. Also ich habe das nicht zum Release gespielt, sondern halt erst dann später und irgendwann anderes kam dann. Und das hat mich dann gecatcht und dann war Nier raus. Ja, leider raus, ja. Theoretisch muss man das sogar mehrfach durchspielen, weil das immer anders ist dann. Das ist crazy, das Game. Alter, das ist ganz schön laut. Finde ich sehr unangenehm, die Musik. Das Spiel ist so buggy. Das war jetzt noch Clips von GTA 4, siehst du? What the fuck? Geiles Überholmanöver. Was ist so ein Stocksreder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das die erste Hälfte? Als ob. Oh mein Gott. Als wenn der dann abpfeift. Oh mein Gott. Hallo. Die sind doch besorgt. Alter. Das ist hell. Da weiß ich auch noch, wie wir in den Map gefehlt. War es 3 oder 4? Und ich glaube, wenn 4 dann unter die Map gefallen sind. In dem Video glaube ich sogar. Ich glaube, das war 4. Da gab es die Levolutions zum ersten Mal, wo du den Damm brechen konntest. Yo Alter. Playstation 2 Spiderman. Was hat denn da? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Wtf. Wtf. misch. Was ist das denn? Das ist ja saugeil. Der ist ja 10 von 10 stark. Okay. Oh my god. Oh my god. It's deadly. Fuck right side. Oh my god. It doesn't look like anything. Reverse! Williamson on guard duty. God help us. Now why you gotta be like that? You're about as sharp as a bag of socks. Why are you acting like this? Alright, simmer down. You're a strange one, alright. Mr. Morgan. Mr. Morgan. What are you doing? You asked for a weapon. You didn't say anything about ammo. Better for all of us that no one recognizes you. Now, move! Aw, Keynote! WTF? Help me! Help me! Help me! Help me! Ich bin die beste Schwalbe der Erde. Oh lol, ich guck. Wat? Wow! Der DLC muss immer zocken. Läuft bei ihm. Oh! Belastend. Side-slice. Oh Mann, muss dein Essen sein. Ah, Watch Dogs wieder. Ja, das ist Watch Dogs 1. Ja. Ups. Hopf an er! Spiderman, kannst du uns helfen? Ja. Now kiss. Spiderman. Wir haben gerade einen Sniper-Stock gemacht. Wir haben unseren Osborns einen schiefer Stab. Ich bin sicher, dass es andere Tarker gibt. Wir sind in der Stadt in der Courthouse. Ich bin auf. Mal sehen, ob du mehr Informationen aus unserer Freundin bekommst. Kontakt mich mit diesem Nummer. Ich brauche zu kurz. Der Atacke auf der Courthouse könnte in die Sekunde kommen. Ja. Ich hatte leider auch ein, zwei Bugs bei Spiderman. Irgendwann stimmt da mit Roland, glaube ich nicht. Tja, das war's mit dir. Das ist ein Medium. Das ist super doof. Was ist denn das für ein End-Screen? Ja. Das ist super doof. Was ist denn das für ein End-Screen? Manche Fehler sind schon echt belastet. Aber ich glaube immer noch, der GTA-5-Typ, eben mit den Autos, die aus Out of Nowhere kamen, das war ein Cheat. Ja, das könnte gut sein. Aber ganz ehrlich, mich würdet auch nicht wundern, wenn das einfach ein GTA-Bug gewesen wäre. Also, würd mich zumindest nicht wundern. Das war auch nicht gerade bugfrei. Sag ich jetzt mal. Aber lustig. Ein paar Videogame-Fails gucken. Hat unterhalten. Euch hoffentlich ebenfalls, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.